ja morgen liebe lü und schönen guten dach zum live stream am samstag freundin von jürgen moin christoph zockt moin christoph zockt na wie geht's gut meister kann es nicht hier an oben moin daniel moin fiemann moin lilo wie bio moin georg hörmann moin matthias fütterer moin andré schwengels moin jantjag moin tobias link moin der maleo moin lutz sauren moin ist das denn kein lesen freak hätte ich da nur 20 keine ahnung ami irgendwann moin tobias moin saß moin maximilian georg no alexander daniel matthias bratkartoffeln moin ebene nummer moin hellwäcks moin georg hörmann moin hessengemer moin chicken willi moin ramona moin lars air moin werner ort moin lukas felix moin matze moin ls zocker moin chicken willi moin hamburgers v moin joachim gamp moin es rauscht das du hier knubbel moin chrissis flocks moin x5000 moin wie er vergessen habe ein herzhaftes moin hinterher der matthias moin marion lotz moin und scharfen moin niklaus moin mobil let's play moin polfunk moin ich krieg die gar nicht alle mit hier tut mir leid henrik beckmann moin ton und bild alles gut bei euch ein feedback bitte und die einen wunderschönen guten tag mike weborg petra ich lese mal andersrum jetzt 5.000 moin da rauscht das wieder weg hier stefan leban moin finn schubert moin phil scharf moin fabi moin nexo moin sonnleiter moin hummel mienchen moin bisschen weiter weg ich hab das ein bisschen umgestellt hier ich muss auch genauer hingucken kann man ein bisschen scheiße gucken heute lehren dublau moin so leute ja tante ilse hat sich wieder gemeldet hier brennt irgendwie der akku aber hier brennt immer der akku irgendwie das ist ja naja alleine kommt hier sowieso nicht klar und da wollen wir gucken was hier so anliegt ich hatte ja schon mal geguckt ich hier durch die gegend gejuckelt ich sagte müssen wir eine ich glaube 29 oder was das war da muss erst mal im dünner rauf da ist meist drauf und dann über für dorn hast du nicht gesehen und so weiter und so fort zwischendurch aber wir legen erst mal los und warum wir ihm zu sehen schnappen uns ein trekkerlein und dann haben wir denn der fendt der 6 15 er ist in der werkstatt ölwechsel filter fahren wir zu viel mit platten mit dem ding immer den was soll's wir haben hänzchen sein noch hier und schnappen uns mal eben da muss noch eine einmal dünner rauf und das ganze ding hier beim mais und dann kann man ein drillen daher auch schon mal da kann karl heinz oder irgendeiner bei nur mal sehen was er noch so im plan hat zu tun ist genug die 14 fertig flügen sollte eigentlich lang erstmal meinen voll machen das lobby noch was im lager eine motto und bildung gute spitzende andere dankeschön für deine info ja sieht auch eines netto aus irgendwie wenn meine kamera mal ein bisschen um geduldet hier heute mal umgehangen ist weiter weg von mir da geht er nicht von selber aufnehmen geht er auf voll bis oben hin da bin ich dann auch geht für alle große milch jank hier so das ist ein anderer jahr genau björn kam meinst du ich schnack hier ist das laut genug ich habe da eben herum gedreht noch mal wieder an den ganzen sheet hier das verpasst du ein bisschen mit dass man sich nicht da so hinhören muss bis der meiste ist auch bald gut aber ich wollte das stück noch mitnehmen muss noch mal dünnen ich glaube nicht dass wir den noch reif kriegen wollen auch wenn wir noch anderen kram zu tun wenn hier noch mal abnehmen können wir ein paar ballen machen und so ein schick ne bei ein die kühlen müssen gefördert werden da muss auch nicht mehr drin da muss auch noch geflüchtet werden die quatsch da hatte ich glaube ich immer schon wieder ein griff hier justin hei ich bist du eigentlich dazu kommen erst zu spielen wie du denn ich habe mir das spiel gekauft auf dem pc gemacht und angefangen zu spielen von der kuh mehr nicht aber schon lange her 08 habe ich schon gedödelt damals raus kam jetzt mal was anderes als die baller spiele und da habe ich dann einfach gespielt diese ilse munkel der auch damit bürgermeister war sie letzte in den gängen und hat die in den gängen hatten weiß ich nicht ebenfalls war der dann wohl irgendwie da weiß ich nicht vertrag mit dem bga und kram und ihren meisten kann sowohl dem verscheuern und hier ist da ist was reif müssen wir gucken ich weiß auch nicht wie das läuft mehr doch sagt die uns schon erst mal fahren wir jetzt hier hin und hauen hier eine runde dünner auf die spritz hatten wir den schon haben wir einmal kunst immer in der herrne müsste da lang rei manny moin josef alice machst du fisch ja auch wir fangen hier einfach an jetzt mehr tage keine ls gespielt Hier wäre es zack, zack. Hallo. Was kann man gegen Mobbing machen? Ignorieren. Oder so. Links liegen lassen. Ärger die am meisten. Fressen sich gegenseitig auch so eine Pfeife. Äh, Toni Mehring. Moin. Oder Anzeigen geht auch, ne? Uh, so. Ja. Jetzt mal ein Hotel. So. So war dann schon, ne? Oder Pintüppel oder was? Agar-Funde. Moin. Wo der Hammer hängt. Algo. Kannst du mal versuchen. Habe ich schon öfter mal versucht. Ich glaube, das ist ein Ding, was da hin losgeht. Familie. Weiß du auch. Kennt man doch, ne? Familie. Ja. Oh, das ist doch schnell fertig, die Ecke hier, ne? Äh, exp5.000, ne? Äh, exp5.000, ne? Jo. LG Kreis Süß. Moin. Junge, Junge, Junge. Hab die, aber Noms. Die Geiler, dir. Opinie, gonna go. Jo. Ja, das macht nix. Ja, das macht man erst mal mit deinem Bruder Leidner, ne? Ist richtig. Das geht vor. Ich hab auch nicht Kuchen gegessen. Das geht mal. Moin. Moin. Sie geht, äh, geht so. Ich spiele auch gerade Losberg. Na siehste, Stefan. Noch ne schöne Sache, sowas, ne? Wir haben's linken. Jo, Feierabend. Das ist auch gut. Hey, Watcher. Habt heute Geburtstag. Danke, YouTube. Ja, denn. Herzlichen Glückwunschung Geburtstag, ne? Alles Gute. Wünschen wir dir. So, ich dir. Auf alle Fälle. Heiko Steinhoff, was hörst du gerne für Musik? Jazz. Ich hab's ja Dienstag meinen Führerschein. Machen, herzlichen Glückwunsch. Ne? Fahr vorsichtig. Erst ein bisschen üben. Und selber fährt das mal ein bisschen anders, ne? Das ist bei der Fahrschule. Nicht abdrehen. Kuchen nachgegessen. Jugendfeuerwehr. Jo, Feuerwehr machen. Die Tor, genau. Äh, wo haben wir denn? Erik. So, moin, gerade fertig mit Volker schneiden. Und jetzt Opa kicken. Läppjo. Jo, Erik. Muss ich auch noch. Die Tage. Noch zu kalt. Soll ja richtig Frost kommen, ne? Haben wir gesagt. Angesagt im Fernsehen, ne? Nachricht, äh, in der Wettervorhersage. Nächste Woche. Richtig kalt soll das hier werden. Mal sehen, da wurde man von abkriegen. Ich werde ja nicht. Oder wieder Ostwind kommen, sonst geht ja nicht. Lukas Trufsage, kannst du mich grüßen? Jo, kann ich machen. Mike Brüning, moin. Lukas, ich grüße dich, ne? Moin, ey. Wenn ich moin sag, Lukas, ist das ein Guus, ne? Niklas, moin. Heiko, Steinhardt, wo wohnst du? In einem Haus, du. Na, wo ist der Nordseeküste? Oh, ne? Die ist nicht groß. Hier geht. Muss mal gucken. Dann weiß, wo die ist. Muss mal eingeben hier in, äh, na. Google Earth oder so. Dann weiß, wo die in Wurster Nordseeküste ist. Wurster Nordseeküste. DJ Heiko. Heiko, moin. Wer ist DJ Heiko? Okay, und juhu. Limburg, moin. Kai Abbenhaus, moin. Michael Gottwald, moin. Hab jeden deiner Films geschaut, jeden Tag. Oh, Niklas, Mensch. So, zwischendurch mal was anderes machen, mal essen und so, ne? So, ist der schon gleich fertig. Der Lütsche-Eck da hinten noch den Zippel eben und dann noch hier genug drauf. Gülle fahren, auch auf dem Weideland, können wir auch noch machen. Aber das sollte mal zusehen, dass er auf dem Ort immer Steffens kriegt, oder was? So den Waldram mitkriegen, ne? Oder Lütsche-Fahrt, aber die Pumpe, die sind mir erst rein. Immer noch nicht. Ich wünsche, der, ach so, ja, siehst du. Ja, Heiko, lange nicht gehört. Jetzt weiß ich wieder, wer du bist. Moin, Heiko. Euer, Bua, moin. Es, Y, moin. Was machst du jetzt? Ich? Lf-Spiel. Wurft Peter fragen? Weiß ich nicht. Dummi gefressen weggehabt. Keine Ahnung, wo der ist. Wenn ich deren Kindermädchen, nur. Jan-Erik, moin. Sebastian Kuhlmann, moin. Tim Lp, moin. Äh, Borschi. Moin Wutsche, alter Houding, alles gut bei dir? Ja, weil da kommen Siebel, ne? Hä? Hallo, Ottom, moin. In Lf, meine ich. Achso, das kann ich ja nicht wissen. Äh, ich glaube, ich dümmel gerade hier. Glaube ich, weiß nicht genau. Sieht so aus, ne? Was ich hier gerade mache. Oder? Mit einem Mineraldünger-Streu fahre ich hier durch durch die Reihen des Maises und düngere ihn noch einmal ab, damit wir auch nicht Ertrag kriegen, ne? Die Tanne Ilse auch nicht Knaller verdient, ne? Wo ich sowieso nichts von abkriege. Das ist ein altes Butterbrot oder so. Naja. Man soll sich nicht beschweren. Ist halt Family. Naja. So, einmal eine Ründe und hin und her, da hinten hin. Oder das will ich noch mal kürzer? Ist das ratzfatz gegessen hier, die ganzen. Wollen wir mal gucken, wie weit die mit Ölwechsel sind. Dann kann ich noch mal ein bisschen fliegen gehen, aber 14. Und der Händchen ist noch nicht da. Jetzt können wir mal eben die Drille hinan. im B-Schmeißen oder warte und schon mal ein bisschen abdrehen. Oder die Kühe füllen. Na, wo man? Die brauchen wir unbedingt was. Hallo, na, mein, alles gut? Und was gibt's Neues bei dir? Öl. Alles gut, so. Nix. Für die Tage jetzt hier mal eine Bude müssen fummeln. Kannst du gleich Heu machen? Ja, Heu ballen, aber erst mal wie verdorben. Da sind die anderen raus, die alten, ne? Brauchen wir nämlich. Heu ballen ist wichtig. Tim, moin. Fertig gegrüßt, ne? Extra Würste gibt's nicht. Dein Lieblingsfahrzeug im LF. Habe ich nicht. Das Fahrrad. Das brauchst du dir von Augusta. Gasslandfläche, Gülle ausbringen. Na, siehste, Chrissy. Dann hast du auch lieber zu tun morgen. Was gibt es? Hä? Was? Es gibt einen NS18. So, glaube ich. Ich weiß das auch nicht genau. Nexo. Nina, moin. So, ja, wie geht's? Ja, Gauten. Wie schalt Gülle auf? Mit dem teuren Kunsthimmel. So, das war die Geschichte. Sind fertig? Ich war da jetzt gut drauf gekommen. Einmal zurück, bitte. Ne, ein weiter. Jo, da ist nur dunkel. Guck. Dunkelballau. Da ist Mais drin. Mais, 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 Mais. Da ist was anderes drin. Was weiß ich auch nicht. Hier ist Geteile drin. Also, Korn und Kram und das auch Mais. Hm. Was genau, was ich auch nicht. Da wollen wir wieder Mais rein. Weil das kommt runter und dann kommt da was anderes rein. Wie ein Fruchtfolge. Ne? Ein schöner Fan. 936. Die Ware über den Kies Puma. Ey, cool. Thema 2000. Moin. Äh? Und warum löscht du den, Bonny? Thema 2000? Er hat doch nichts Schlimmes geschrieben. Hol' ich mal wieder. Warum du versehen? Geh mal. So, bin gleich eben duschen. Eben auch. Ja, Erik, mach das. Niedersachsen LP. Moin. Butcher. Heute Geburtstag. Patty. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Der ist bei uns ein Begrüßen. Achso. Ado Jaguar. Fünfmal Moin. Achso, habe ich nicht gelesen. Ja, dann ist das so. Einmal Moin Lenk, ne? So, dann irgendwann nochmal. Ich kann ja nicht alles lesen. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Kann auch noch. Hups. Kein Ding, Patty. Gerne. Weißt du doch. Ne? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday dear Patty. Und der andere. Keine Ahnung, wer das jetzt war. Happy Birthday to you. Und so, Brian Freeman. Moin. Green Monster. Moin. Alex Linus. Helvus. 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 Wie ist das? Komm, wenn man überall woanders hinguckt, aber nicht da. Das kann ich nicht mehr machen. So. Da kommt der wieder in der Ecke. Silo haben wir ja noch. Ich war erstmal fördern. Mal gucken, was da noch an Silo ist. Äh, Daniel. Ja, ich habe nie wieder. Genau. Ne, Quatsch. Da hinten wollte ich hin. Wo die ist am Trinken. So, der ist nochmal am Trinken genug. Der macht hier schon gar nicht mehr mit Herrn Eisen. So, dann haben wir weg. Dann fahren wir mal eben oben auf dem Hof mit ihm. Dann brauchen wir nicht immer umklemmen, ne? Und an den Deutzer hängt noch das Mähwerk dran. Moin, Opa, ich habe was verpasst. Ne, hast du nicht, hast du ihn. Moin. Mein Name wird, was? Mitchell Gamer ausgesprochen. Was? Flitscher Gamer. Filitsch geht. Filitsch. Ja, will ich doch nicht mehr. Kann ich da lesen? Den ganzen Kram. Sagen wir so, Butcher. Manfred oder keine Ahnung. Dann passt er drauf. Mit Nappa. Der ist noch lange nicht hier gewesen. Man kann auch noch das Kram auch noch ein bisschen, ne? Ich bin viel zu groß dafür, weil es auch egal ist. Hauptfahre, die kriegen erstmal was in ihre Kiemen. Oh, Gas, die müssen wir auch bald wieder machen. Ja. Der Pot ist auch voll. Oh, Mann. WML ist das gleiche Problem. Die Kühle läuft über. So aktiv. Aha. Dann bekommst du, kannst du mit dem Fahrrad fahren. Ja, klar kann ich das denn. Mach ich aber jetzt nicht. Ne? Im Moment bin ich ja mit dem Trecker hier oben. Da wollte ich nicht mit dem Fahrrad fahren. Mein PC macht seit Stunden Updates. Ja, Björn. So, was gibt es? So. Ja, die waren jetzt Ilsa noch Antje angerufen, irgendwie. Und sie da irgendwie angefangen, wegen hier die Vorderachse vom Deutz. Und dann kam ich dann, oh Mann, ey. Geht das auch noch alles flötende? So ein paar Mal da hinten hinpacken, da brauchen wir nicht mehr umfahren, ne? Ich kann mal da so lange hinschmeißen. Und Stroh holen. Und warum eröffnet sich der Logitech Profiler nicht mehr? Hab schon deinstalliert und neu installiert. Geht einfach nicht auf. Kann ich dem Moment nicht weiterhelfen. Wegen hast du denn den neuesten? Also hier von dem G29 jetzt diesen GLGS Software oder den alten noch? Welches Betriebssystem hast du da drauf? Windows 10 bei dem alten oder das neue? Oder ein altes 7? Weil das ist eigentlich der alte 5XP, ne? Aber läuft bei mir ja auch. Hä, wo sind denn jetzt? Da unten, welchen? Da unten, welchen? Ja, wo ist das? Ich werde schon wieder bald ein Jahr älter. Wenn das so siehst. Sorry. Na? Ups. Ich hab eh so auch gesagt, ich sag, Mann, hau den einen Fendt in die Grütze. Sag, guck dir mal deine Kohle an da oben. Ja, könntest du mit denen ja schenken oder irgendwas? Ich sag, weiß ich auch nicht. Man muss mit Antje schnacken. Irgendwas waren die da in den Gängen. Ob das klappt oder nicht, ich weiß auch nicht. Die kriegen sonst woanders keine gebrauchten Teile her, ne? Ganz schlecht im Moment. Ich sag, noch läuft er doch. Wir sind unbedingt behalten, das Ding hier. Da holen wir eine andere Gurke. Ich sag, ich geh nur noch genug zum Verkauf. In ein IAT oder irgendeine Krücke da zum Fördern lang, das Ding da, ne? Nee, für das Drive Force geht hier in den Grad. Dann haben wir nur 10. Aha. Drive Force, ja. Dann hast du den alten Trufiler. Hast aber bestimmt den neuesten raufgemacht mit Windows 10 und da sind wir oben bei. Ich muss den ganz alten nehmen. Und vor 100 Jahren. Den hab ich hier auch drauf. Der läuft. Wenn ich jetzt diesen neuen nehmen, der auf der Seite ist für Windows 10, kannst du vergessen. Ich bin auch nur rum. Und dann musst du im Windows das Update ein, äh, für Gerätetreiber, auch fremde Gerätetreiber ausstellen. Sonst macht er bei jedem Update immer wieder die neuen rauf. Dann hast du dieselben Mist immer wieder. Ne, ja, Gekko, hatte ich mal. Letztes Jahr im Dezember. So, wenn man sich mal Quirtel dran hängen hat. Lachen wir nicht an. So, wenn ich jetzt nicht noch geht das ja. Ach, ja, das ist schon ewig her. Ja, der ist schon wieder bald ein Jahr älter. Das ist wir auch, oder? Dann kommen wir ja hier einmal Tüdelüter rein. Wo waren das noch hier, ne? Können wir sauber machen, denn das sieht auch noch aus wie Schwein da. Links oder rechts oder? Ich weiß auch nicht. Wir werden schauen. Irgendwo ist hier abgeteilt. Geht da, fertig. Kannst du gleich mal mit dem Fahrrad fahren, Maldenburger? Ja, nachher mach ich das irgendwann mal. Im Moment hab ich was anderes im Kopf, du. Na, auf. Die läuft hier nicht durch, ne? Soll nicht drückwärts wieder raus. Keine Lust. Aber jetzt kommt die da doch die Laufel durch. Das ist auch knallhart. Die ist echt hart. Da hinten kein Hack drin, ne, wa? Dass sie da nicht aufkennen. So lange? Doch. Können wir dicht machen? Dann sollten wir eigentlich hier nicht durchlaufen können. Solange wir jetzt füttern. Oh, naja. Die läuft hier stumpf durch. Oh, Mann, ey. Tim. Ja, kommt auch noch irgendwann mal, du. Ich hab im Moment noch zu viel anderen Kram in Kappe. Dann machen wir auch mal Multiserver. Können wir in der Woche den Namen das mal, ne? Mit normalen Modes und so. Dann geht das. Moin, moin. Mein Bildschirm ist zwei Finger weit schwarz. Was kann ich da machen? Äh, die Skalierung einstellen. Ja, dann geht das. Thema 2000 LGS Old, heißt der bei mir. So. Ich hab da noch die CD von mir, von dem. Von meinem 27er Lenkrad. Das ist im Prinzip der gleiche. Kein Gewicht liegt hier nicht rum. Da muss ich mir leider mal eins holen von unten, ne? Das ist doof. Ich hab da noch mal ab das kann ich mit meinem bildschirm machen skalieren machte das bild nicht groß genug was ich habe eine an der treiber umgefummelt oder irgendwas kein gewicht um im nicht wir fahren noch mal in den holen was kann ich noch nicht skalieren haben wir schon haben ein traktor prüfung gestern bestanden tobias herzlichen glückwunsch dubi das wird kommen wir wieder ja mehr weg jo man hat läuft doch hier mein gut die hätte den gerne als kompletter satzteil der insel das sind die nächsten jahre ruhe wenn der heils wieder alles im arsch fährt hier ein kleines haupt oder oder die die 1 komm das einzustellen muss in deinen deine software gehen von der grafikkarte kann man das einstellen oder in windows hier mit der windows 10 nach rechts klicken anzeigen einstellung wie ist er rein das ist ein 10 80 60 was hast du finden für ein monitor keine ahnung weiß ich nicht und so weiter und so fort und dort tanzen oder doch doch mit der modell war ich bin nicht ein handel waren ja Tim, wenn du schon so lange mein Fan bist, als Beispiel, dann müsstest du doch wissen, wo der MB herkommt. Oder hast du wirklich so ein Kurzzeitgedäcknis? Von FBM Morning kommen wir. Immer das Gleiche, ehrlich. Kann ich angehen, nur. Dann hab ich schon so lange, wo der rausgekommen ist. Letztes Jahr irgendwann, oder, ich weiß nicht, oder, ich glaub, kurz nachdem der LS17 rauskam. Stahlhase, moin! Ja, lachen. Agrarfeld, moin! Landwirtschaft, in echt Landwirtschaftssimulatoren, oha, moin! Wieso kann man nicht spenden? Kann man doch. Jung, ja man, steht da auch noch hier, Kaffeekasse oder so, muss mal gucken. Das tippt die Stimmen und er kann spenden. Trotzdem muss ich weg zu meiner Schwester. Die hatte letzte Woche dann auch noch ein Auto, oha, Cassie. Immer gute Besserung für deine Schwesterleiner, ne? Und hoffentlich nicht so schlimm geworden. Was ist denn los hier? Warum piekt der da nicht, Mann? Nein, das ist schon gut, Tim. Aber ist doch so, oder nicht? Ich dachte immer das Gleiche. Jedes Mal. Und wisst das eigentlich? Eigentlich müsst ihr das wissen. Also so viel oft tausendmal, wie ich das erzählt habe, ey. Das ist so ein Pack, ist das. So, ich schaue es gleich. Erstmal das nochmal rin. Das werden wir mal sauber machen. Ich warte immer schon auf deine Videos von Losberg, Heiko. Ja! Ne? Wie gesagt, das geht nicht immer alles so. Ich staue noch ein Real-Leben. Da muss ich auch noch jede Menge machen. Früher steht an. Da ist immer viel zu tun, ne? Garten und all so ein Kam. Und das muss ich auch machen. Also. Poseidon, Morin, Losberg ist die beste Map. Äh. Ja. Ist nicht unnügel. Und die anderen haben auch ihren Charakter, finde ich, ne? Aber wie gesagt, das ist Ansichtssache. Der eine findet das gut, der andere findet das gut, ne? Der eine spielt jetzt Fußball, der andere Marmeln. Der andere geht gerne angeln oder irgendwas. Ja. So läuft sich das einst weg, ne? Ja. Ja. Wie sieht das aus mit der Kühe? Ach, 43. Ne, das war ja noch ein Regal, das Gras drauf, jo. Eins klar. Kühe. Das war eigentlich noch ein Voll, wa? Ich kann ein paar Gasbahnen hinterher schmeißen. So ein bisschen Stroh rein. Ich bin ein Wotter und dann wird der Gout. Da fährt die auch. Waren wir diese hingeschmissen? Die haben wir noch genug. Stimmt, war letztes Mal gekauft, ne? Ein paar, ne? Irgendwie so war mir doch. Ich kann doch mal eine rein. Was hat das? Und zwar gestern ein netter Herr aus Hamburg. In der Firma. Der hat uns einen Vortrag über Vakuumpumpen gegeben. Oh, siehst du. Habt ihr jetzt auch die Map? Ja, guckt an. Gut, ne? Ja, so Zocker. Lemmy, moin. Ich habe mir gerade eine Scheibe Bauernbrot mit Käse, Salami, Schinken in den Ofen geschoben. Toller Grafen. Wie kann man mit Google Play zahlen? Mit Google Play habe ich nicht. Paypal. Das Konto bei Paypal einrichten. Das ist echt easy. Was anderes geht da nicht. Ja, so machen wir. Das ist egal. Ein Rollmord. Eine Lorge. Ist die davor? Nö, auch doof. Nimm ich den. Ich hole hier aber den. Ja, tun wir so. Passt das auch. Den muss rechts auf. Können wir den von links nehmen, ne? So. Dann haben wir nämlich gleich einmal eine Mischung fertig. So. Immer ist richtig gut. Das ist Kreis Paderborn. Ja, soll so sein, ne? Also, steht ja damit auf dem Ortsschild. Kreis Losberg, Kreis Paderborn, ne? Schon haben wir eine Mischung zu nennen. Fertig. Passt. Ich habe auch die Season Mode. Ja, du. Tolle Sache. Marco Flash, it's da zu meiner. Moin. Endlich wieder Losberg. Nieder, sag ich. Ja, kam mir eben so ein Kopf. Ich bin hier rüber gedödelt. Ich habe die Tage hier auch mal gezockt, ne? Andere Maps an. Gucken wir, was wir da so machen können. Eine andere. Mal sehen, ob die auch schickig wird. Das weiß ich noch nicht ganz genau, aber... Denn, äh, Antje ist noch offen. Habe ich ja letztes Mal erzählt, ne? Für die Leute aufgepasst haben und, äh, kein Gehirnswunder haben, weil ich mal. Die wissen das. Habe ich auch noch ein paar Hallen verändert und so ein Kram, ne? Und wollen wir auch noch mal wieder raufgucken. Jetzt, Tag, morgen vielleicht. Mal sehen. Megagaming, moin. Ne, wie steht der ein bisschen ungünstig? Ich weiß ja, so. Dann sack ich hier schon wieder mit meinem Stuhl zusammen, ey. Auf der Karte habe ich schon über 140 Stunden gespielt. Das ist cool. Das heißt aber nicht, in der Schlossberg. Das heißt, Schlossburg. Da siehst du, ist doch so egal. Ich mach doch nichts. Man muss nur ein bisschen Fantasie haben, ne? Sollte lange mit dem, ne? 16.000 Euro, 68 Kühe. Eben war schon ganz gut. Den brauchen wir gleich auch noch. Metallica, moin. Noch länger. Das machen wir ab dahin, Metallica. Das klingt ja widerlich. So. Noch eine Runde. Den Hof müssen jetzt ich, mein Bruder, alleine schmeißen, da der Vater im Krankenhaus liegt. Ja, der hasse was zu tun. Malgrafin. Sascha Borchhaus, moin. Max Schweizer, Silbus. Haben wir jetzt? Das müsste eigentlich gut machen. Ah, könnte noch einer rein. Ein halber. Und lang das mal. Dann stellen wir den Mitschwagen in der Ecke. Und dann kommen wir noch ein paar Gasballen rein. Das ist ein guter Schlapper. So, ich werde später nur Fan fahren. Ja, nimmt mal zu. Socker. Und viel Spaß damit, ne? Julian Dinto, moin. Luca, moin. Ja, ne? Wie immer. Geht hier noch ein Fenster und guckt, was das alles gemacht wird, ne? Mir kriegt es ja nicht gebacken. Ja, die Knochen alle kaputt. So, wir werden den Schatten stellen, das Ding hier. Wie stelle ich Kraftfutter her? Hast du doch gerade gesehen, Mike, wie das geht. In dem Pott hier. Der ist ja aus dem Spiel. Ein Stroh. Ein Heu. Oder, ja. Ne, Karsten nimmt der nicht. Und er rast Silo rauf. Und er ist Kraftfutter. Karsten Laskowski. Moin. Ray Bunny. Dieser hat heute noch gar nicht angerufen. Echt? Brauchst du ja auch nicht. Ich hab ja eben, bevor wir angefangen sind, war ich ja drin bei ihr. Da hab ich noch mit ihr geschnackt, ne? Ja, das ist mal so, ne? Ja, eher meckern. Nur mal ran, Männer. Ja, jo. Alles klar. Ich sag mal mal selber. Lass mal zu, dass deine Makers anladen ist hier. Oder den Makers. Noch. Oder noch. Asel. Mein Vorwächter. So. auch was sparst du julian die die da nichts an hat sind es bei euch bei uns soll das montag wie noch 13 geben jetzt wollen wir auch so richtig abgeben mitte der nächste woche 20 km oder so haben sie angesagt im moment ist ist verfrost aber umschauen und die sollten hier eigentlich so eingehen oder auch nicht oder man und der hühner wiegen oder meinen sauber machen und du hast zu ihr gesagt wie du rufst an heiko ja und das interessiert sie ja sowieso nicht mach doch mal so will wenn die im bad hatte luft jungen an aber im moment ist so gut weil ich mir dachte ist bestimmt ein kochen mit juni oder irgendwann mehr oder sitzen da irgendwie ruder und kamen das ist auch noch jede menge zu tun wenn wir bürgermeister an schnacken wie meist fahren oder irgendwann keine ahnung wenn sie mich noch länger ab ab nervt und mich an macht oder immer der weg verschwunden wieder eine anscheinend und auch so was genug zu tun bei mimi auch die hat auch einen auch die haare ihr wollt gras haben oder was steht ihr auf diese seite von mir aus und der norwegian so bis 20 grad geben richtig hässlich das wetter aber gerade wenn wir trocken ist es auch nicht hässlich ist es okay noch mehr oh krass komm mal anständig frost in die erde tut gut ne ganz ungezogen mal dort ne am besten im herbst einmal umfliegen wenn man da Luft reinkommt dann hat die oberschicht nämlich keine äh kein ungezogen mehr drin ist ja oder weniger oder ist Ilse tot Heiko? Nööö Carola Reichardt ich weiß nicht muss ich mal gucken was komisch liegt nachher oder so könnte angehen ich hab sie erst mal gesehen naja du willst nicht mehr, wa? echt nicht? ist voll? na gut, dann hauen wir den wieder weg dann haben wir erstmal genug dann haben wir erstmal genug dann haben wir erstmal genug Westfale, moin äh Carola, was machst du jetzt? erstmal hochfahren ich weiß auch nicht so recht wir sehen ob der fan fertig ist oder irgendwas dann könnte Karl-Heinz anfangen zu flügeln noch 14 das kann er ja alleine machen naja na genau und dann müssten wir ja wir können Heu gebrauchen Gras gebrauchen Stroh was für ein gedroschen wird das ist eigentlich auch reif kann auch noch aber der fan steht ja noch bei Petermann was will sie sich umkümmern dass wir den fan kriegen dann können wir auch dreschen und wie wir Stroh reinhauen ne? warte mal ist da überhaupt genug Stroh ne? ne wißt du das können wir auch nochmal ihm auffüllen ein Abgang so gerade hier das können wir denn ja glaube ich mitnehmen das kann ich gar nicht muss ich da jetzt hier hin oder auch da vorne keine Ahnung das habe ich wieder vergessen äh ich kann es nicht abwarten weil bei mir kann man die Fahrräder nur umschmeißen ich weiß nicht was du meinst mal denn ja ich fahre da immer eine Runde mit dem Fahrrad ich unten bin wieder ne? mach ich denn äh äh dann war das auch vorne rein möglich ist alles oder da hinten ne wo ich fast auch nicht mehr wo der Trick ausgesessen hab da gut so ich kann ich bin stink sauer auf dich hoffe du weißt wieso äh dubbel nö weiß ich nicht können wir nachher mal überschnacken wenn du möchtest wenn ich was verkehrt gemacht hab dann entschuldige ich mich dafür dann entschuldige ich mich dafür du hast immer noch hast mir ach so du hast mir immer noch nicht gezeigt wie man diesen wie man Wiesendingbau macht doch hab ich aber du weißt das schon nicht mehr das ist das Problem so sieht das nämlich aus so sieht das nämlich aus so sieht das nämlich aus ne jetzt hör mal lesbüßen das hat sein Lebertahn nicht genommen ne das meinte ich mit dem Radfahren fast siehste so pass hat Metallica fickt gut das andere ist nachher so anstößig den anderen YouTubern wieder ne brauchen wir nicht äh hat Ilse noch eine Kuh nach ihr benannt ich weiß nicht du Liese und Hart Lotte und hast du nicht gesehen du pfff was die da in den Kopf kriegt keine Ahnung ehrlich so ein paar kenn ich ja aber ich war ja auch ein paar Tage nicht hier ne oh die Gegend ist ganz nett ne find ich gut er ist voll oder war nur eine Mitte voll hier gucken können vorher ne Stroh ist voll Gas ist noch nicht ganz aber ich nehme die nicht mehr an dann passen wird ok die die Kroms aber noch hin wir hören dich ne die kann auch noch Wutter Wasser kann auch noch mal mit Pütz hin aber ich will da einmal umgefahren hin dieses Biotonne Alzheimer was ist das und wer bist du überhaupt was mach ich hier eigentlich und wieso mein Name blau hast dich auch noch einen gemacht Nuppel ich weiß das auch nicht das ist es wenn du es schaffst oder was denn komm nachher mal da irgendwie was noch da wo wir sonst uns immer unterhalten schicke ich dir mal ne Buddel Lebertran das hilft ehrlich das ist gut Lebertran wunderbar da hinten müssen wir auch noch eben hin Luka 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 Kaku Kaku Moin Jo Hey Nein da musst du mal ich hab dir nix zu suchen denn jetzt hier geht das jetzt auf oder zu oder was so dahinten muss auch wieder auf damit ihr da durch könnt so Opa hüpft zack Träger her Wasserwagen ich weiß gar nicht das ist hast du hast du ihn abonniert hä wie ich wie ich wie in Wattwo René Old Koltmann Moin wieder am Start René schön wo wir uns immer unterhalten ganz Lagerfeuer mit der Wolldecker und so richtig richtig voll richtig weiter Lagerfeuer die niklas lang ja luka luka jo moin knobbel also gut meister moin moin so du spoile es leer so Wasserwagen ist auch nicht mehr da fahren ne noch 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 ein bisschen abgebrochen da zusammen brutzeln den kamen immer vor luka luka gefragt ach so ja das weiß ich doch nicht noch ein bisschen blöde hier mit dem wagen der doch wende kreis wie ein schlagschifter das ist mit dem mit dem verreicht der ist der der in mit dem also der trikot anders machen wird dran so umfahren und dann zurück das geht auch so wie lange hast du das spiel dieses hier gab es noch im oktober 2016 oder so ja da muss ausgaben uhrpott ein wunderschön ruhrpott rührschüssel ja genau moine johannes kordes moin eric wenn jo wie lange wirst du noch streamen was noch nie wie jahre so lange wie geht und mir das spaß machen kein bock mehr stefan moin niklas morgen samstagabend guten abend zusammen und wie geht es so noch mal eben einmal fritsch man hier kommt es wieder nicht weg du das war nichts das sehe ich so schon das war nichts geführt wir uns fast mit dem ding hier du künder was waren mann mann wo ich echt so einen kleinen ihc wie so eine alte missgurke und klein wo vorne kommt ihr konto mann wir sind noch nach dem friseur und dann muss er wieder räumadecken kaufen gehen und also scheiße was alles kohle opa muss nach 20 jahre stream dann immer gucken was dich über das war die sorgen ich weiß nicht wenn wir eigentlich jeden tag die ingeniebe bekommen zu finden kann sich auch die ganze lang genug stream erlöhre ist morgen das war doch was gekauft ja nicht gekauft das haben sie damals noch von von und gustav muss die geschichte mal von anfang an kommen dann kennst du das zusammenhängt wir haben die bauereien schon lange haben sie mal modernisiert früher und so weiter und so fort ne erik habe ich nicht gesehen was für ein video ein video oder ein gameplay oder irgendwie so so jungen wasser frist moin mutter kula stream heute wieder dass sie noch lange ist heute wieder ich hoffe dass das ist daniel das von dadeln haben wir noch zu tun bewegen sollte sich auch mal ab und zu dass ich hier fest wachs auf dem stuhl ne so was bringen wir das da oben wieder hin stellen das in schatten ich glaube die schafe hatten noch genug alles ne das noch genauen dazu ein kind können wir hier heim und wenn er gerade gut glaube ich habe ich erst gesehen hier das soll morgen oder irgendwie regnen hier und irgendwann mal sehen sondern ein paar ballen zusammen kriegen gleich das kann machen video real story so nie habe ich nicht gesehen nur noch schönen guten morgen robert erben moin also ich muss noch viel nach hier das können wir mal ab mobil hier da kommen ein paar papa denkt man gastballen oder heu oder irgendwie so war nett und hier noch hast du bekommen mal dem burg 04 vielen dank für deine daumen und nur virtueller daumen bitte nicht den echten nicht dass einer beigene hackt die daumen ab oder was hier finden wir eigentlich auch noch mehr das ist auch nicht kann auch noch ja das steht gut das steht gut hier rein in den schatten dann bleibt das was auch ein bisschen frisch und kühlen aber ich hoffe wie hast du so viel abos bekommen gekauft gab sie mal im angebot das waren aber alte man schon abgelaufen egal immer mit gute sache da habe ich mir die wieder ein bisschen fertig gemacht meine werkstatt wir sind poliert und kühlen also ein bisschen angelaufen und so weiter hast du wasser ein bisschen wer ja ich wollte ja eigentlich wollte ich ja und mit flügen hat der dati auch nicht so richtig muss jetzt auch aufsteigen die tür nicht mehr dicht glaube ich von außen sagt das haben wir jetzt fliegen ansetzen alter schweil los wer sonst das gesehen dass sie gerade auf dem hof gekommen flügen wollte ich die 14 muss ein karl heinz denn muss ungebotet werden und gedrehen auch ein ansatz wenn hänzchen nachher kommt oder wann wollen machen und ja 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 du warst oben mit boni ja ja nicht wollte ich noch machen ja wie weit bist du mit einem meister nehmen würde er den aber mit preis noch hier dann verhandelt man noch nicht ganz so weit wollte ja gucken dass wir die anderen flecken anleihe auf einmal mit rauner kriegen wenn das reinpasst ja dann kommt langsam mal wieder zu kohle die eier reinbringen ja mache ich eben ja ich bringe die eier rein ja zumindest einsamen bricht hier nachher mit rein ja ist gut ja sie zu tschüss siehst du einmal die klüden in sammeln von tanne ilse hat ja noch welche vergessen jetzt aber gut die kombiniert eigentlich haben die boni macht das auch zu fressen habe noch genug so für dich so siehst du machen wir einmal zirkus haben einmal mit dem moped ich werde jetzt auch ein bisschen schneller hat kein heinz hat ihren treckerführerschein haben wir einmal ein pudding so das haben wir mal mit moped hier so cool weil mehr kann er sich ja noch nicht leisten jetzt auto oder autoführerschein selber da war zu blöde für das durchgefallen aber trotzdem fahren die ab und zu mein auto los nicht die sind das interessiert überhaupt nicht was wollte andere jetzt mit dem fahrrad rüber nikola moin karlheinz hat da die mufa steht da ja richtig karlheinz ist ja auch hier ist ja und das ist ungelusthaft sein ne pet man söms so immer noch heftiger pet man söms da fahren wir auch noch mal eine runde dann könnt ihr euch das auch noch mal angucken ne mal ein bildchen von siehst du doch passt rasen mähen sollte auch noch oder was glaub ich boah siehste mal eine runde ne hertha nilse wie was wie eine zirkusvorstellung bach oder war wo ich sonst nichts zu tun habe hier maldenburger 04 der wollte dass ich mit dem fahrrad fahren noch so ein paar was das für eine pfeife ist maldenburger panel ja 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 ich stelle dass wir das soll ich sofort in der ecke stellen und zu sehen dass sie gerne an arbeit kommt jetzt aber ran ja 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 tante ilse ja mache ich der meidenburger soll dir nicht auf den hof kommen nö ja sag ich ihm glaubt er hat das auch mitgekriegt ja ansonsten krückstock lässt grüßen soll ich dir sagen mal ein borger ne habe ich mir gedacht dass ja nee nee ich fahr jetzt los ihr habt ihr fände ja ölwechsel ist soweit durch flügen ja ja die 14 ansätzen zumindest nicht machen ja ja mache ich das erst und dann minen heu machen ja kann ich machen das wollte eigentlich noch mal noch mal güllen darauf aber das bringt ja jetzt nichts mehr dass es abnehmen da im dorf die ecken ja mache ich ok dazu er hat gehört meister lasst du hier bloß nicht blicken die alte die kocht wo nicht 180 sondern 370 gerade warum man noch mal noch mal niklas bauer kann man mitspielen kannst du theater spielen die glas oder knapp anbauen wir auch noch das war eben oder knapp anbauen hier oder du musst immer diesen hut wieder einschalten und wieder nicht sprich na wie sieht der aus reinkommen oben heute mal anrufen ja 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 ich bin gleich unterwegs ich wollte ja 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 nein ich wollte nur bescheid sagen ich habe den fans jetzt noch mal getankt der diesel ist fast alle bestellbar reiweis neues wo du das geld hernehmen soll das letzte mal schon erzählt da weiß ich doch nicht was ich was du vor hast nun muss man ein altes gerümpel von ongel ongel gustav verscheuern die drille oder war glaube ich steht nebenan auch um der ganze mister da kriegst wieder ein paar markt für ja wenn alles alle entstehen die stehen die maschinen aspect gehabt ja ich sehe zu dass ich in den gänge kommt sie zu tschüss ja wieso ist dein karl heinz denn er soll nachher nach dem acker kommen mit 6 15 erfahrt jetzt los ölwechsel fertig ja komplett mit filtern ja wovon du das bezahlen solltest ich weiß es nicht das öl das ist ja schon weiß ich fünf jahre darauf oder was da musste marona das war ja nur noch teer was die straße mit herren ich klemmen wir jetzt in fünf starrer dahin und dann gefahrt zur 14 hin und fangen an wenn hänschen kommt ja der kann nachher drillen oder so dem fahr ich mich ja jetzt so tschüss hier ist verlost du das geht ja noch richtig ab hole wird immer weniger fahrrad fahren hatte gar nicht gepasst jetzt nehmen wir mal das dicke mal sehen ob der nicht ganz so doll dann abdödel da zwei tonnen einfach nur 15 dann musst du doch mit dem eigentlich auch klarkommen dann hat ja auch nicht mehr wie zwei das sind fünf jahre brauche ich den ton hier ich werde karl heinz jetzt auch ein rohboden mit einer tolle plan höheres mit sicherheit irgendwo ich weiß nicht wo der haupt ich meine das auch nicht mein bier immer ist mittag um jetzt nicht der heute formel war da schon in den gängen wo der jetzt ist weiß ich nicht wir juckeln da ist erstmal zu 14 und setzen den dann gleich an wenn ihr kann ihr denn mal irgendwann um die ecke geschissen kommt oder was denn kann der weiter fügen das kriege einigermaßen hin eine kackgrenze war oder 2 tonnen oberachse vorne da muss passen jetzt das haben wir hin noch um jetzt im morgen johann tv macht manchmal bitte die fenster auf die sind auf siehst du da nicht eins ist auf hier aber soll ich noch machen was wir am arsch lecken also ich mach die auch wenn ich das will doch schon zwei flaschen korn alle machst du da war ja klar oder wann das ist besser dann eben bei dem anderen gewicht habe ich erst nämlich noch bekommen geflügt da ging der nur noch robot gekoppelt werden muss dann auch noch kann ich dann mal bei wir müssen haben wir sind erst mal die vierte wenn im dorf mal in die beiden lücken klacken mal den frank 9 nicht ab schokolade ist bei all die billiger Achso, ich muss nicht nur sofort die langen. Eieieiei, siehst du das? Nicht zu schnell hier. Oder hinter eine Straße hier, du. Ich vermisse die Let's Plays bei Ilse. Richtig, ich auch, Janik. Aber, ne? Zeit ist begrenzt. Und ich habe noch ein Real Leben. Habe ich euch schon mal erzählt. Und wenn ich jetzt so einen Stream mache, die Quali geht ja. Sagt ihr ja, ne? Da habe ich mehr Zeit, um was zu machen. Also wenn ich jetzt, weiß ich auch nicht. Ich will ja wieder regelmäßig Let's Plays machen. Aber dann kommen weniger Streams hin. Also in der Regel sind ja immer 3 in der Woche, ne? Das sind ja immer Stunden. 4, 5, manchmal 6, 7 Stunden. Je nachdem. Ich will mal die Kleine ins Bett. Agar-Fan. Jo, mach das. Was dein Lieblingstraktor mag. Habe ich nicht, Toni. So, vorgeflügt hatte ich hier schon. Wir sehen, ob das hier schon... Das ist doch eh nicht unser Feld hier. Wenn man aber da hinten klarkommt. Das werden wir gleich schon mal sehen. Hangen wir mal hier an. So. 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 Sonst Machen wir da nichts Einfach mal los Ein stück das hätte ich auch noch gerne Wenn ich den hofer ich weiß auch nicht was da geht hier näher wenn ich mal abdankt oder man Wenn Karl-Heinz den kriegt wir hier verschwunden da kann er sein scheiße alleine machen Dann kannst du mir zugucken wie der Verfell hier Nicht dass er wieder meckert wie ein Vorgewände oder irgendwas War letzt mal einer am meckern hier das mache ich nachher für Karl-Heinz damit er nicht in der Büsche hängen bleibt Nicht ich selber wird es jetzt nicht machen DB moin Karl Rückert moin Zwölf neben dir also die Wiese hat einen schönen Charakter Ja Kommt irgendwann noch Es ist ja noch lange nicht fertig Wenn hier richtig was anfangen willst dann muss man auch noch Land zu haben Wenn wir den Henschen wieder kommen kann da hinten Mais legen ne Die großen Händen da rischen Dachte sie jedenfalls dass da auch Mais rein soll Soll ich nur überall Mais haben oder was Boah Naja Boah Soll ich nur auf den Stream an Ich will sie auf den Stream an Äh Es ruft überall an War ich auch schon bei Anker Rufst du auch noch an Ich weiß gar nicht wo sie nun mal her hat Die alte die wir es einfach nicht los so Mann Mann oh Mann Egal wo du bist Ilse ruft an Cool sollte mal kalle ist wieder da immer keine ansatz machen was passiert karl heinz auf geht's was machst du eigentlich in dem stream noch so alles weiß ich doch nicht viel flügen und eben halt das erzählen willst du morgen auch wenn ja was freundin von jörg ein wunderschönen freundin von ich bin der bekannte von nachbarn ja im stahlbauer 9 ja gut das macht ein nico ganz trauen wie soll jetzt hier geht so ich müsste mal nach hannemeier also er dreht von selber um das werde ich jetzt noch tun wir sehen uns dann gleich mal eben wieder machen wir mal in so lange kalle zu gucken wir werden hier wieder seine baunen zieht hier und dann wird es nur gleich häntchen an und dann gehen wir und dann wollen wir mal von oben passt gut ne so bis gleich mal dies aus Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 So, da sind wir wieder So, dann lasst wir mal noch eine Runde weiter fliegen hier Hier sind wir eben auf dem Hof Dann sehen wir den noch voll Das sieht nicht gut aus Noch hat noch gelangt, du, gerade eben So, jetzt nicht Und dann können wir mal verkloppen Und da sind wir nur zwei Ecken zum zum, äh, eher EM, da kann man mal hinbeigen holen bis auf fertige ist nicht hinrichs morgen ist servus logan tage moin das schön die reifen brauchen da kommen wir erstmal lassen dann sehe die tage silo machen will die André Poulent, Moin, Joghurt. Pierre, Moin, wenn Henschen jetzt da ist und das macht er, dann können wir gleich losfahren und ein bisschen minen, ne? Ja, und ein herzliches Moin an die Zuschauer. 183 an der Zahl außerhalb des Chats oder wie sie jetzt noch immer. Ich glaube, das macht euch Spaß. Schön, dass ihr da seid. Sollte Sollte Jetzt für alles machen, Moin! Na schön, Heiko. Verkehr 0. naja aber die sache aber die alte noch in der bühne kriegt heute noch einmal ich weiß nicht da haben wir noch mal hier an wie gesagt von 10 in da ist vorgewinne machen hängt eine bohne verstände das wollen wir ja nicht aus karl ich hätte ein gewicht innen gemacht in das wir auch nicht was dort ist aber wir müssen hier auch in vermarkten ja björn tschüssi jane gellos moin michi schr moin na los auf geht's jungen ja da bin ich wieder mein panne meyer besuchen und neuen rutscher diesel holen und wieder mit runden noch mal eben hin und her wurde man sich im umdrehen lang der foto du weißt noch wie ich bin ja so viel namen konto aber im jahr kostet bekannt von der namen in 412 moin noch einmal rüber ein abberg was sagt max er hallo opa ne moin opa moin maxe erstmal das problem mit der halle peißen habe ich in griff bekommen nun aber habe ich fp schwankungen wenn ich zum hof gucke weißt du warum die waren aber auch schon vorher als ich ja weil da zu viel müll auf dem hof rumliegt ne die ganzen deko dinger da das sind alles einzelne texturen und deswegen die hatte ich ja auch die habe ich jetzt nicht mehr aufgeräumt habe das letzte video angucken kannst du sehen ungefähr vergleichen mit deiner was ich da alles ausgeschmissen hat ne 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 manuela pichter moin akkorn kämpf moin du da haben wollen ich finde das sind super dankeschön oder sollte eigentlich funktionieren jetzt da hätte ich sonst auch zum schluss gemacht und dass er immer wieder platt fährst und festfährst aber ich kann zum schluss einer linksbezogenen eck aber wie gesagt henschen braucht das so die helfer hier ne sollte man hätte jetzt ein goldes tool nicht so großes schrift wie gesagt mein helferlein tool oder so so Gensele auch jetzt aber ist das du ne ne dich wollte ich jetzt nicht haben ja max gibt es sonst muss ich mal bei discord anmelden ja bei unseren community server dann kann ich dir doch mal ein paar tipps geben das leben ist auch ein wenig oder hier knubbeli der weiß doch auch der weiß vor allen dingen auch wie man eine wiese düngbar macht oder weg doppelt jan von lezen 9 forsten hahn 9 das lassen erge gestellt hier sind aber da vorne umdreht und dann lassen wir machen da unten müssen wir noch mal eben in der rüder fährt kaffee herrte hilse entziehen ist da bei dir ja er soll herkommen er kann weiter grubber er wird es mit gülle eigentlich wir haben das auch auf die wiesen rauf finden ja ja mal jetzt wollen ja okay ja bis dann tagen sie machen da da geht es jungen wir gucken noch mal eben nach 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 wo soll dann 14 14 14 blind oder was wir haben ein bisschen einmal hin einmal herrne musste am besten so rüber ist ja da kriegt das auch bei mir gut dann hüpfen wir auf dem hof haben wir uns in deutsch und wien wir so wieder mit mit schwatter gucken aber den wieder von steffens kriegen wir können erstmal erstmal dann und so das geht jetzt nicht so machen tag haben wir noch ein bisschen lang fassen sie nichts mehr drin so wo fange ich denn an in den dürfen glaube ich macht das ist einmal rüber da warte mal die so gut 37 war glaube ich eine wiese da kriegen wir anständig war davon aber der rest muss sowieso erst gedüngt werden hat die dankeschön für dein likey war nicht mal luke aufmachen guckte steht da oben am fernse habe gesehen höh bloß auf die ist wie oma ist die du hilfe akkern kämpft wie geht das mit dem türen dass man die auch machen kann das ist immer im schlepper trecker traktor verbaut das ic steuerung das hat nicht jeder also die mods jetzt nicht hauptsächlich in den originalen ist noch nicht verbaut vielleicht kommt zum 19 ich weiß es nicht wäre ja schön das sind so kleine gimmicks sag ich mal ein bisschen tüdelkram was ich ganz nett finde warte mal wir haben hier auch noch ne wenn wir eigentlich auch mal den kleinen mist mit abdüdel eine möglichkeit umdrehen oben am hof der heubeuten hat sich genug haben und krass fangen wir es mal oben annehmen ich bin auch mal wieder da klasse stream geht es dir janik morgen erstmal janik und ja das würde ich ja nicht machen das haben wir erst noch vorne über den kam auch damit abfressen jemand sollte wenigstof nur drei ballen heu gibt ist auch egal finde ich und die antwort nicht da denn das sind büschel wenn ich alle welt aber mal eben ausmähen kann man machen nehmen wir den spiel kammer mit weil sie du müssen auch demnächst wieder machen warum die großen zeichnung dass das gar nachgewachsen ist dann können wir hier heute machen den tüdelkram na das ist ein bisschen zu schnell den reifkontroll eingestellt 15 lang erstmals kann ich auftreten wie ich lustig bin den ausmachen ich habe so eine nette fummelecken die röse die hier denn noch um hier die kartoffel aus kriege muschinen von august auf die alte die haben sie immer noch das ist ganz schwer das ist ganz schwer Mehr hier. Das sind rasen hier, das ist schneller hier. Du kriegst den Moden mit den Helfern. Bei Black Panther Group. Musst du dich anmelden. Kostet aber nichts. Dann kannst du den da runterladen. Neueste Version oder so. Habe ich jetzt auch nicht. Das Ding neu steht. Ich weiß gar nicht, welche da das hier ist. Aber wirst du sehen, welche da die neueste und wie auch immer. Die machen doch schicke andere Sachen. Gibt ja so einen Schick, ne? Gute mal gucken. Alexander Schumann. Moin. Wie hast du schon dein Discord Hose? Discord Hose an. Also für nachher. Ja, natürlich. Ich hab' ich immer an. Ich hab' gar nichts anderes. Ne. Das gibt ja auch ein Schick. Ne, wenn wir mal eine Knoppe gewöhnen. Nehmen wir noch mal entgegen. Nehmen wir erstmal die Dödeldinge aus. Oh, das ist mir hier gleich. Zettung. Oder Wenden. Das geht ja. Wie heißt der Mo denn? Äh, Helfer. Helfer Tools. Avancet Tools. Helfer Tools. Helfer Tools. Helfer Tools. Helfer Tools. Was siehst du da? Die haben nur ein so'n Ding. Ja, ne. Moin. Achso, das hatten wir schon. Ne, ne. Hi. Liebe solche Wortspiele. Knubbel. Nicht erstmal. Auch andere Spiele liebe ich auch gerne. Äh, ja. Manchmal. Ne, Knubbel? So, den haben wir noch. Wann denn noch so kleine Ecken? Oben bei Kühen, ne? Nicht das, was wir letztes Mal gemacht haben. Das muss ja immer noch wachsen. Wachsen. Kannst du auch in diesem Spiel Bäume fällen? Kann ja auch. Wollen wir jetzt nicht. Mit Kettensäge oder man kann hier da hinten, wollen wir auch noch mal. Ich glaube, hier war auch Forst irgendwo. Das guck ich mir noch mal an. Dann können wir hier auch mal ein bisschen rum forsten. Was gibt denn hier auch noch? Ne? Ne? Nächste Runde oder so. Das wird heute ein bisschen knapp alles noch neu anfangen. Und so. Muss man was ausdenken. Dann kriegen wir schon. Das steht ja erstmal Silo. Äh, hier. Silo, ja. Für den Bürgermeister machen. Ne? Hier der Mais weg. Verscheuern. Und dann sieht das auch finanziell bestimmt bei Ilse wieder besser aus, ne? Und mal gucken. Kannst du auch in diesem Jahr? Ich habe jetzt Discord drauf, Max. Ja, gut. Siehste. Dann musst du da reingehen. Hier, das wollte ich auch noch haben. Genau. Das wollen wir auch noch haben. Ähm, musst du, musst du, musst du, musst du nicht. Aber hier, äh, Knubbel stellt gleich mal eben oder Bonny oder Oma den Discord-Link rein. Und den klickst dir an. Das ist der neueste. Oder hier bei mir unter dem Wasser unter dem Bildchen. Da ganz unten. Kaffee, Kassel. Nehme ich auch nochmal weg. Ganz unten drin ist ein Discord-Link. Den klickst du an und dann bist du drin. Dann wartest du im Willkommen. Max, und dann nimmt ich Knubbel oder Oma oder Bonny eben an. Und dann kannst du da im Dorfkrug oder wie auch immer. Und da können wir es nicht unterhalten, ne? Da können wir uns auch noch vier Augen unterhalten. Das ist ein Privaträumchen noch. Das geht auch. No. Hier oben, mein. Großmieren. Den Krams. Da kann ich immer nach hinten gehen, ne? Wie du die Omen ab? Ah! Knallt auch mit mich. Uh. Dasoter ist den вал. Jörl. Han ehrig. Danke. Bitte. Hey, Doiz, Blitz, Privat. Äh ne. Ist er nicht. Oh wie gesagt. Den äh LZ Portal, sag ich mal. Den hab ich schon echt lange. Der ist Ack 20. TTV oder so ähnlich. Gibt's, ne? Weiß ich. Also, V2… Ich glaube V3 ist das. Wir muss mal gucken. Den letzten davon. die vorletzten hat es ist ja hier ob der letzte läuft auch wenn ich gar nicht mehr heruntergeladen weil es gerade jetzt weiß ich nicht wieder gemacht der läuft jetzt gefällt mir so wie es lecker aus von innen wirst du früher moped gefahren ja tobias natürlich war immer jung das macht ihr auch spaß als bengel das ist ich bin jetzt froh und nun ja war da wirst du willkommen bonnie den kopf mal eben auch max er da drin ist im discord nehmen wir mal eben an damit wir nachher klünen können hast euch nachher weiter bitte sonst muss ich dann eben da kommt doch schon hart an seine grenze ist gerade zwei salami brote oha zwei stück lang lieber man joachim ne eigentlich braucht das mei warte mal 120 ps baut dass mir wirklich hier immer nur ein kein butterfly hin und die sagt nichts wenn du jetzt im discord drin bist du musst du auf diesen link klicken wenn das an ist dann kommst du erst auf unseren server max und dann bist du da auf der willkommensseite oder gehst da rein oder wie auch immer und dann kann bonnie dich annehmen dann redest du mal eben kurz mit bonnie muss mikrofon haben und dann kriegst du eine rolle zugewiesen ja und dann kannst du dein dorfbuch und überall da wo das so rumbildet da wo die anderen alle sitzen der deutsch ist eine echt gute maschine ja macht spaß mit dem ding gerade so für diesen hof das nicht zu groß finde ich und die an die noch mal eine nummer größer aber wie gesagt es gibt im moment ich bin da sehr eigen mit den modes hier bist du ja vom aussehen her und von der mache die soll nicht zu viel haben an skript kam drin nur eben haben also fenstertüren auf und so ein bisschen und da habe ich bis jetzt noch ich wollte noch mal 61 90 mehr wollen wir haben oder 62 10 gibt es auch habe ich bei nordeifel oder so da die jungs die früge auch immer gerne und der fährt auch immer so einer mit seinem leon glaube ich den sohn ich schon mal erzählt und so den hätte ich auch noch mal ganz gerne aber da habe ich bis jetzt noch kein vernünftigen ja so ein bisschen nach was aussieht so wie der hier sauber gemacht weil sonst irgendwie verpixelt oder stumpf ein wichtigen ding ist drauf hier lag ja fickmann und dann mache ich den noch nicht ich könnte noch so viel haben wenn die dann auch nicht so aussehen so wie hier im teil das sieht alles geil aus denn weil sie wieder runter wie konsequent kommen wir nicht hinein ins bild kommen warum nicht kann ich angehen bin bei johin und left dann passen wir auf max und nie was ist das wenn er bei johin und left ist das muss er da machen ich weiß auch jetzt im moment nicht lest man das was von die oder knüppel die gleich schreiben das kriegen wir dahin jan von die johle ist gleich sebastian k moin das für ein deutsch ist das nochmal das ist der kummer mit agro tv 620 findest du sein weise eigentlich muss eigentlich nur lf 17 eingeben agro von tv 620 ein und dann wirst du die ganzen dinge auf kriegen und dann siehst du ja wie die aussehen aber ich weiß ich gar nicht ob da ein anderer dabei war immer den die letzte version die leute ich glaube der hat weiß ich gar nicht ob der ein warning raus geschmissen hat oder irgendwas aber das nicht schlimm wir haben das weg gemacht weil so eine oder hier vorrat damals noch ich weiß es auch nicht genau mehr was das war aber dass das war nichts schlimmes da kannst du so mit spielen ich bin da wieder beim fischen ne war ich noch nicht hab ich auch irgendwie kein zeit mehr zu oder das war ich habe ich bin da 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 es Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jo, auch noch. Alter Schwede, die Kohle geht flöten da hinten. Pressure steht da immer noch. Ich glaube, das Schneidwerk wollte er auch noch haben. Das müsste er auch noch irgendwie nochmal wegen Garantiearbeiten und so. Wie heißt du auf Instagram? Äh, Butcher Gaming. So wie hier. Das ist doch ganz egal. Da, wo das am günstigsten ist. Dieses würde ich sowieso nicht mehr kaufen. Das ist ausgelaufen. Wie ich mir das neue Rohr-Rohr-Rohr-Rohr-Modell kaufen. Mit Schläuche. Ui. Ne. Das soll man eine gezapfte Welle da ranhauen. Zack. So. Blum. Nein. Oh Mann. Nein. Das solltest du eigentlich nicht. Da bleibt er da unten. Auch gut. So. So und so. Und so. Und auf geht's. Einmal eine Runde. Da wird die Biles. Alles gut. Beim Opa. Ja. Alles gut. Joppe. Äh, Luca von Amazon ist meist ein guter Anbieter. Ja, das stimmt. Da kannst du mal gucken. Ne? Vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, wo du wohnst. Da kann man mal in der Gegend gucken. Ich will hier keine Schleichwerbung machen. Im Markt. Ne? Kann man mal gucken. Die haben auch manchmal... Wo der Preis stimmt. Vergleiche ich vorher mal. Da. Wo ich mir das dann. Ist ja garantiert drauf. Falls was sein sollte. Kann ich immer alles okay sein. Kann auch mal sein, dass man Murz ist oder so. Ups. Ist zu weit. Ist doch nicht. Der wiederum. Der kommt von hier. Ein Fahrer. Wird man. Zwei Spackel. Deutz. Genau. Bin wieder da. Heiko. Ein Kommen und ein Gehen bei dir, wa? So. Wollen wir mal zusehen, dass wir da noch um die Ecke kommen mit den Kroms hier. So. Wir wollen mal wegholen. Die alte Kartoffel-Auskriegmaschine. Bei ungewirrsterhaft das alte Ding, du. Vom Pass. Schieb. Rein. Bücken. Dann lassen wir hier mal schmal. immer ganz in die merke hier noch kommt da passiert Das ist gefummelt, ne? Aber naja, okay. Machst du durch. Das ist nicht schlecht, dass man den verstellen kann. Äh, Moin Butscher war lange nicht da. Was habe ich verpasst? Moritz. Nichts. Eigentlich nicht, oder? Ich bin mir ganz normal immer weitergespielt. Hm, ich kriege den noch da rein. Krass. Frank-Peter. So. Äh, MF Daniel, Moin. Das ist das Lob anlegend. Ich liebe deine Videos übertunen. Und es wird doch immer schöne Storys, desto älteres gehen wir. Oh, man gibt sich Mühe, ne? MF Daniel, Daniel. So. Wir haben eine Runde, ne? Einmal runter, einmal hoch und dann passt das schon fast. Na, vorwärts. Heidebauer, Moin. Wie lange machst du schon? Geile Öl. Drei Stunden, 23 Minuten. Patrick Jakub, Moin. So, was war das hier? So, was hat's, ne? Und Ding ist gut. Peter, ein Wunderschön. Äh, Abo, Abo ist da. Ach so, Jannis G, Moin. Vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Häuscht mich ganz doll über. Ich zocke noch bis 5 Uhr morgens. Ich glaube, bis zum Ende dabei. Niklas, ja, nee, so lange habe ich auch nicht. Der immer gute, ne? So, erst mal wollen wir jetzt unseren Heumann. Zumindest in den Ballen. Und dann mal gucken, was denn ist. Jan Winger, Moin. Ja, und da ist mir heute schon lange hier bei Ölse. So, können wir hier gleich weitermachen? Das OBS war billig. Der Zipfel fehlt. Ach so, er ist bei dem Lenklinik. Hat er gerade ein Pedal dabei? Ja, Luca. Und auch eine Schaltung auch. Komplett mit 6-Gang-Schaltung und alles dabei. Eine Kupplungspedal hier und so. Das erste, was Ilse richtig gekauft hat. Ne, hat sie ja noch nicht gekauft. Da ist es ja gerade. Der ist nur geliehen von Petermann. Weil Steffens sein, das ist auch nervös wohl oder was. Oder kaputt oder keine Ahnung. Sonst haben wir den von Steffens ja immer. Aber sie musste ja nun überstürzt Heu machen. Wie sie das meint. Die kriegt das ja in den Körper. Das muss das ja passieren. Und Steffens, das sind seine Maschinen. Wenn der damit Geld verdienen muss. Den Basterst. Ende. Den hatte hier Fritz noch stehen. Soll sie ihn kaufen? Wovon denn? Dann ist sie pleite. Die muss noch Saat kaufen, damit wieder was in die Erde kommt. Eventuell hat sie da ihren Mais verscheuert. An die Gemeinde, führe BGA. Aber der ist noch nicht ganz so weit, dass der runter kann. Das ist das Problem. Also die Knauze auch ganz schön rum im Moment mit der Knallung. Dann sah das auch nicht billig, ne? Der Karl-Heinz, was ich eben gehört habe, der ist schon wieder los irgendwo. Schützenverein, keine Ahnung. Der kriegt ja frei, was noch lustig ist bei ihr. Hänschen, der ist für sich nach Hause. Da muss er auch was machen. Der hat ja noch einen Hof. Wir müssen hier nochmal einen Trecker wieder hinbringen. Das kümmern sich die Ilse auch gut um dich. Deine Kühlbox immer gefüllt mit Butterbrot. Ups und Getränke. Ja, das ist schon. Da brauchst du keinen Kopf machen. Dann macht sie. Ruft ja auch mal an, zum Mittag pünktlich und so. Das schaffe ich ja gar nicht immer. Ich kann nicht immer vom Acker weg. Lina Bornhoff-Loks. Wann kommt die DS2? Jo. Muss mal nachgucken, wenn das kommt, ne? Die kommt auch meistens. Marcel P. Hamm. Hi. Da noch einen lang. Und dann passt das auch gleich mit den Nachbarn. Und ich würde das lang hier. Der Deutz hierher. Und es steht ja nicht auf Deutsch, ne? Will den unbedingt nicht haben. Warum auch nicht? Blödsinn. Und dann so ein 72-10er oder 72-50. 72-20 gibt's auch. Die ganze FreePS muss man halt mal gucken, obwohl die kann hier in den Bergen auch ein bisschen mal gebrauchen, ne? Da kannst du mal ein 6er rein, geht besser. Oder reißt den 5er besser durch den Boden, ne? Irgendwie ein Gewackel hier, da. Ja, aber das geht auf meinem Laptop nicht. Janis. Ja. Dann ist das wohl ein bisschen zu heavy oder ein Laptop ein bisschen zu schwach. Und so, Prost, ne? Ich hab keinen Angerunter. Jonas Wick. Moin. lukas wegen marcel die serie 9 hier ja 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 den originalen der letzte eindorf als moden so eine fenster und türen irgendwie und das war nicht so mein ding ist er war nicht so toll ich weiß gar nicht mehr wo der herkam muss ich mal einen finden am besten auch noch so mit sound ein bisschen und somit weil der dabei bei antje deshalb ich finde geil und gerne haben der biker rc rc 9 rc 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 mal sehen holz mit fritz schnacken ja muss man klar ich meine eigener kostet am wiesengeld nachher auf dauer holten hier das ist nicht so prallel naja gut da ziehen wir seine meinung kann man ja einstellen ja natürlich dann bist du nicht auf petermann angewiesen weiß ja nicht was du hier noch vorhast alles eine ahnung innen an und dann zieht nachher außen ganz zum schloss ein drum jetzt da wenn nur so rum geplacke das ist scheiße ja läuft sonst prima was mit fritz schnacken wie im preis ja im moment ganz was wir abhaken ich wollte nur mal gesagt haben ja was gut das ganze zu diese wird heiß auf das ding hier was ich für gülle fass haben fliegel den tausender ist hier veräldet und ist auch kaputt die pumpe die will nicht mehr so da waren wir schon bei läuft noch ein bisschen aber naja ein ganz oso ist gut für sie ja wäre auch eine tolle sache aber es lohnt sich hier erst recht nicht nicht mehr früher gab es doch nichts anderes mehr hatten die gloria mal es ist ja schon über 80 von der zeit her und zu das mal zeigen dass bille fass die tonne auf muss jetzt nicht muss gucken was gibt es glaube ich bei dinge sehr mut hat ab hat hat mut mod muss gucken und ein accessor wenn die mit dem 300 farmer passiert den hat karl heim ein paar mal im bach gesetz die achse kommen und nicht mehr erst rein also richtig so mit akkern und so weiß nicht der den ungewissen das will sie immer meinen ich habe ja noch hier bei antja ein da wollte zu denen haben die kriegen keine ersatzteile mit für das ding und das ist einer von ongel gustav deswegen der buspro job in gerade am glück kutschen ist ja mal nach dem viel spaß vor allem und erst mal der höhere sowie kühle hier besser ist da wäre sie bestimmt glücklich so wie morin der biker ls 15 oder 17 das hier glaubt das steht da und oder nur über gut oder gar keine ls hier 15 oder 17 alter schmiede na ja jetzt wiederum ich habe gedacht werden durch verpfosten aber nee ist nicht sind wir nicht bei lese gibt es keine akku kann ich dir nicht sagen akku kämpf musst du mir ja mal die streams und die let's play angucken von hilse ne weil ich ein bisschen real spiel und in real geht auch mal was kaputt hey musst du mal gucken wie das da zusammenhängt dann verstehst du das vielleicht manchmal einige verstehen das dann nicht schnell schnell gucken und ein muss mal denn auch mal hinsetzen und ne da gibt es ein video drüber so kann heinz flügt und der fährt auf einmal in graben warum muss gucken ist lustig denn zu bürgen gehen muss ja nur nicht persönlich wo die seite kenne ich ja warum lukas huber dankeschön man gibt sich mühe ne macht doch spaß und flüssig machen niklas weiß ich nicht wie viel bei ihnen da rauskommen keine ahnung los nicht überraschen ein paar ein paar können wir immer gut gebrauchen nee ich kann ihn nicht kaufen war ihm du kennst doch die story von hilse oder oder nicht diese muss den kaufen und ihr selber keine kohle mehr drauf das ist das problem ja nur noch 3 42.000 oder so und die muss noch saat kaufen und ein kram weil den kauf für den spanner in real auch muss aber saat kaufen damit du aus der saad wieder was raus das was du verkaufen kannst wo du wieder gewinnen mit machen kannst du musst man halt denken das können viele nicht die kaufen 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 und in jese kaputt ist das ist so das dumme ist denn wenn du denn schulden hast irgendwo auch mit dem betrieb dann hast du nicht richtig abgesichert irgendwie ja dann gehen sie auch an deine privatklamotten ran dann bist du haus und hof los ist so das habe ich mal gelernt wie man so was haushaltet von meinen eltern jonas bötner moin ich kenne einige in real die können das nicht kaufen und kaufen und kaufen und bums irgendwann das geld alle und dann kommen aber rechnungen die offen sind und dann ist der arsch ab dann war es aus den liebsten auf der straße unter den brücken von anhain sollte man mal ein jahr noch an zu antieren wie sollen die da so richtig an die kann daran nehmen vielleicht wird noch mal was aus dem typen ich glaube nicht kann man ausprobieren die weiß ich muss wenn hilse die ihren karl heid ja nicht doch ist das sowieso so ein bisschen scheißegal geht er besorgt hier alles aber karl heinz ist ja der neffe von bruni und brunhilde und das ist das problem und bruni sagte nö mein jung nicht da bleiben und damit bruni dem beruhigt ist und nicht mal in sperren lenk achse kann ich glaube dass auch mehr geht die will sie dann klein war so sollte doch eigentlich aber das ist jetzt leider nicht so und klassen wir den restplatten nachher weg geht auch was hast du ihn will mal gelernt putscher kfz-mechaniker nehmen sie bitte meine letzte nachricht durchziehen muss ich immer suchen die die nachbotscheid muss leider ins bett ich wünsche noch einen wunderschönen abend wo leid sie nur 3000 schön dass du hier warst ja komm gut ins bett und schlafen wollen wir fein ich daneben gefahren bringen wir so hoch und dann schnappen wir uns eine andere karte den und hauen die presse doch komm mal erstmal müssen wir den schwatter wieder sauber machen andré vielen dank für dein feedback ja lass den zaun stehen dass man schon mal so eine sache ne lesen und guck da weg und dann bumm bis zur gegendin mein bruder hat ein bauernhof und er hat schulden wo er nicht mehr los bringt ja pascal denn bis irgendwann ist ne ich krieg doch kein kredit mehr ist meistens so der weg ja und ein bisschen hoflos im wasser sind aber nicht vernünftige haushalte und nicht rechtzeugen absprung geschafft oder wie auch immer ne gibt es viele faktoren wenn jetzt gerade so die mittelständigen betriebe nicht wenn die dadurch kaputt gemacht werden finde ich so Polan moin Pinkflot moin Den stellen wir mal so lange hier in der ecke Da hinten im hänger Ich weiß nicht ob der nachher noch wieder nach fritz muss oder nicht so lange wie man behalten kann ist auch mal gut Mal sehen wie das andere gras wird nachher dann muss auch noch mal dünger rauf zwischendurch aber weiß ich nicht heute werden wir das noch nicht mehr packen Vielleicht kriegt sie auch fritz rum dass wir das ding behalten können weiß ich auch nicht Moseen Es war gebraucht von fritz aber so gut wie neu Wollen wir sie einen neuen kaufen denn Welche bulldog marke magst du gerne Bulldog Hä Habe ich doch Habe ich doch Passen wir mit dem büro Für ich finde alle gute akkern kämpft wie viele maschinen hat hilse eigentlich für alles dünner ne muss man gucken du das siehst du doch nicht so gut ist Was ich doch nicht Was ich doch nicht Wir mit pressen mit dem deutsch oder waren Y gedrückt halten ach so nee ja nee der hat gar kein schlosskript hier das habe ich ihm verkehrt Seine dankeschön christian 82 61 molen ein deutsch ist echt hübsch der lyre ist ja ne Können wir noch eine runde mit pressen mit der vier hier Warum nicht dass ihn arbeiten den menge das wissen sie ja ilse ihre Wir wollen sie noch nicht wohl an Mal gucken Wieso hat der denn jetzt nur noch Und dann Die hatte ich gekauft schon Die war mit mit zwillingsreifen mit den Wollen wir die behalten so oder was ich hatte die neu gekauft das weiß ich Die dürfen die auf einmal noch Wollen präsentathen wechseln Wollen präsent an Und sich Nee 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 so ein schlafen Aber Wir sind ja Pickupsengierung Weil das ja ein abdeck gekommen von der prats von der beiden presse ich meine die passen hierher die lutsche Gernet Ich hab schon schlepper auf mit dem kleinen und mittelgroßen arbeiten genau belang tief für die halt standard ne mein gut wir können jetzt auch die so lassen hier es gibt es dann noch vier reifen das ist ein pb reif gibt es noch ein paar dickere weil wir haben uns doch noch welche liegen hatte noch mal im kopf also ich finde jetzt schon richtig gut so als lüttchen denkt hier genau noch und mal sehen ob da noch ein bisschen nur andere bereifung ein access ok wenn sie lieber doch noch mal eben abkennen mann auf der karte und was brauchen schon ein gewohnt du hast noch zusätzlich die mutter richtig das ist der tag auch mal nicht mehr und responsen das ist kabinen capture ich will nicht das fahrrad muss ich die karte danach ich muss aber ich doch ding Kennst du den nicht, Manni? Das ist nur bei dem hier mit der Kabine. Kannst du auch ausstellen. Dann backelt er nicht mehr so. Und der Sitz geht hoch und runter und all so ein Kram. Der ist schon ewig, Mann. So. So, äh, was denn jetzt? Wieso will der doch scheiß Fahrrad? Raus mit dem Ding. Wo gibt es denn das Fahrrad? Äh, äh, boah. LS Portal, komm mal nach. Nur mal. Single. Und? Gibt es die Dicke? Jo. Eine Ballereifung auf. Die nehmen wir Single. Wir nehmen ruhig mal Single, ne? Oder wollen Doppel-Achse nehmen? Das ist gut, ne? Ich möchte KZ aufmachen. Zwei Berufe in einem. Da habe ich nur vier Jahre Leerzeit. Ja. Mach das. Nehmen wir mal eine normale Achse. Konfigurieren. Ich möchte gerne so nehmen. Das hatten wir schon. Achso, jo, jo, jo. Dann hat er mal ein Kamin fährt und deshalb wackelt er besser. Genau. Bei der Fuß bewegen auf dem Fahrrad, fängte ich mir in die Hose verlachen. Ja, es ist so, ne? Dann geht er so gerade fahren. Double. Hi. Na, für den Lüttenhof erlangt auch normal, oder nicht? Was kostet die denn? 6.000 Euro? Nee. Kann man sich erlauben. Das sind zwei. Nur für die dicken Reifen. Kann man immer noch anbauen. So. Das hat ja schon mal andere Reifen. Das sieht ja schon mal besser aus. Das ist ja auch nicht so eine große. Wir haben die vom Strohberg. Und ja auch. Hast du einen Uploaded Premium Account? Nein, habe ich nicht. Werde ich auch nicht haben. Sehe ich nicht ein für die paar Mal, wo ich da mal, wenn überhaupt was runterlade oder so. Ich habe schon viele Sachen, wo ich dann sagte, nö, die Map da runterladen. Nee, behaltet sie. Nee. Ich finde das zwar gut, dass sie den auch mal ein paar Mal kriegen, aber die Zeit alleine nicht. Doch, finde ich auch gut. Hatte ich auch noch nicht. Passt. Passt. Die Bolle reißen drauf. Ist ja auch nicht die große hier. Ist ja nur die 155er hier. Komprinat. Ne? Machst du dir einen Drahtesel her. Das ist ja Hammer. Oh, ich bekomme, wie bitte, ich nur Privatmodexel. Nee, Löhre ist. Nein. Äh, bei Dings. Alice Portal oder so. Komm mal rein. Bike oder irgendwie so. Was kriegst du da? Das passt die Größe hier. Das passt H genau, fände ich. Mit ein Axten. Sollen wir ihn wieder raus bauen? Mit dem kommt Rudi immer rüber. Ist ja egal. Ne? So ist hier, brauche ich nicht nach Fritz zu fahren. Der soll es nicht. Zwischendurch auch mal ein, aber nicht so wie Wilhelm hier. In Hollerbahn. Das kommt wohl. Das passt. Sieh, die hatte ich noch gar nicht drauf nach dem Update hier. Schöne Ballonreifen drauf hier auf das Feld. Öffentlich. Mein Name. Doch, das passt. Ist doch da noch eine Doppelachse dran? Nee. Das ist ja sowas von geilen. Jetzt verstehe ich die Jungen. Jetzt auch was sie mit dem Fahrrad meinten. Haha. Hast du das noch nicht gesehen, Löris? Letzten Stream bei Ilse, hab ich damit nach dem Kuhruf gefahren und überall hier, wenn ich mal eben so schnell mal irgendwo hin muss, ne? Mit dem Anski. Denkomm. Praf. Und auf geht's. So, mach ich harm. Braucht gar kein Strohbeerungshand auch nicht mehr. Noch die dicke Big-Bine-Presse, die finde ich gut für die großen Maps, ne? In Holland und so weiter, da passt sie gut hin. Deswegen hab ich mir das auch geholt. Ich will in dem Gedöns dabei, ne? Das freu ich mich. Heute die Nacht durch die Watt. Früge Opa, was? Ich höf. Warum? So noch früher am Abend hier oder nicht? Ich will mich ja auch. Wurde auch nicht langweilig werden, das pressen wir erstmal noch und dann gucken, schauen wir mal auf, ne? Ich will mal auch gerade Heu für die Kühe. Ja, siehste. Das sind aber leckere, saftige Bilder hier, du. Wenn wir den Plack nochmal eben mitnehmen. Gut, du musst ja auch auf Weiden, ne? So, jetzt, Haar, so würde ich das gerne. Ja, so. Wird ja alles richtig gemacht, ne? Oblifte hier, wie dort rein, ne? Ne, jetzt mach ich die Haar mit. Die sind zu groß, so bin ich schön. Hä? Da war eine Sache ans Rollen gebracht, du. Mein lieber Herr Gesangsverein, wunderschönen Abend. Ufi, der Wolfi, moin. Ja, der Deutsch ist toll. Ja, aber den spiel ich doch schon lange, Manni, bei Dinksherr, bei Ilse, ja, jetzt, ne? Nicht überall, da, wo es drin passt. Überall mal was anderes. Immer ein bisschen Abwechslung. Alles, was man so an, ja, meistens Moods drin hat, ne? Mach ich ja selber auch gerne. Hier mal Spaß und da mal Spaß. Passt doch vor. Find ich. Ne? Der Mann der Südsee, denke ich mal. Ne, siehst du, Manni, ich guck jetzt, so geht's so ein bisschen rauf, ne? Das ist der Sitz. Die Kabine selber, die hat auch noch Capture. Die Kabine selber, die Kassel,innen, die jutzt, ne? Quatsch, war der verkehrte, da oben geht auch noch auf, alles aufmachen hier, Licht an und aus geht hier nicht, also warte Die musste Ilse auch neu haben, die Presse hier, vor einigen Screams oder so Na ja, hat sie Karl-Heinz pressen lassen, wo ich nicht da war und das über einen dicken Stein gehe Ja, ganze Pick-up in den Arsch, komm und Fie, ich floh nicht mehr Hat sie die noch gekriegt, gebraucht hier Die haben wir doch alles kaputt tun Na, wo der wohl hinkollert Egal, lass ihn rollen Äh, vier Stunden, Patrick Benzo Farmer, Mob, Moin Na ja, die passt hier hin, für den Deutz hier, größer darf die gar nicht sein Und haben wir haben den Einzug auch eigentlich recht gut, glaube ich noch ein bisschen verbreitet, dann wird gut mit Macht Spaß Achseln, drehen sich auch links, Kreuzgelenke, die gehen auch mit Ja 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 anio 9 ausgefüllt denn an den karl heinz eigentlich so besser kaputt gemacht fernsicht und sand gesetzlich 6 15 300er läuft optisch trolle ist und hilde das ist ihre haushälterin der hauswirtschafterin die schon lange da ne ilse kann ja nicht mehr so laufen nur noch mit dem rollator und also wenn man die hilfe immer macht und tut das wird auch angewiesen auf toni und die beiden kommen auch gut klar und karl heinz ist nun mal der neffe von bruni darum hat sie ja auch karl heinz eingestellt wenn sie mal irgendwas braucht ja dann fährt karl heinz dann wird sie ein mokar oder irgendwas teilweise waren ja schon mal mein auto los karl heinz ohne führerschein und mit ilse los zum friseur nach schlossberg und also war nämlich das mitgekriegt hat ja nur der arsch um den netz hat was am kochen denn deswegen der nahen freiheit dadurch wer ist eigentlich ich meine großtante oder meine tante ja ich bin ja selber schon von alten jockel wenn sie wohnt hier in sie gehört der hof hier fährer das alles naja kuhhof haben sie mal vermietet angekostet ist gestorben musste immer die erste folge angucken von ilse da sie ist ja wieder los geht hier um an dem berg auch mal cool das ding ist ja nicht unübel ne die los und was sagt gestorben ja axel mucki 9 oder alles weg doch nicht schlecht ne deutsch presse wii angebracht nö finde ich nicht ich finde die krone geil die krone die krone er ist so ein update gekommen von paar tagen woche paar tage ist das her auf mod hat seitdem gibt es jetzt auch mit als ein axel war die jetzt eben auch ich habe die gar nicht konfiguriert aber von mir aus ich hätte ja wieder doppel achse machen kann aber ich finde die so mit den dicken reifen jetzt finde ich cool passen zum folgen gibt es glaube ich auch mit doppel achse und keine keine lenke achse das dumme ist dann halt wenn ich dann ziehst du das die vordere achse von der presse die reiste immer übernackert dann für die größte ist das vollkommen ok der holt dieser woche straße oder war oder im wald und bleibt doch liegen da muss dort drin sein ich möchte noch mal hin verlöre ich finde das gut tun es so ziemlich gang und gäbe hier auch du siehst auch ab und zu meine eine dinge hier kasse in holland jubel die oma rum und das war es dann auch schon am pressen marken eine lilly habe ich auch schon gesehen habe auch einer große und klar klar so klassiker machst du sie lange oder heu hast du tipps zum und einstapeln der war einfach zu dann siehst du das erzähle ich immer wieder dafür sind wir auch die let's place und streams da musst du reingucken und fertig dann weißt du das geht das geht auch noch nicht mit mitten ob es droht und unbedingt zocker hd moin deswegen machen wir noch gerade wenn wir immer die runde angepfiffen sind ja aber das ist ja gerade für mich der reiz an der geschichte können wir jetzt runterfahren also wenn ich merke die rollen da weg jetzt oder was in der schräge dann könnte ich jetzt auch da jedes mal mit wenn ein bein fertig ist runterfahren und die auf dem hauen fahren machen auch einige die gleichheit ein das ist nicht so schlimm der beste schmied im emsland richtig kann man mir sagen was man will krone steht für qualität und erfolge haben wir damals schon gaben ladewagen oder von krone also mein vater hatte da schon krone gekauft anhänger und also kamen war auch wenig mal läsche mit gut normaler verschleiß gibt es immer mal repressor hatten wir gar nicht da haben wir uns immer geliehen vom anderen bauern warum machst du keine quaderballen darum die jacke haben einfach mit jetzt die presse habt und darum mein grund fallen warum soll ich mir das erste neue presse kaufen presse auch mir wo zockst du in welchem zimmer nur eins mit dem fenster drin tapiziert ist das dass mein music studio kann mal musik gemacht hier cds aufgenommen und fans abgemischt auch in selber musik gemacht und in diesem zimmer sitze ich jetzt und ja und dadurch opa dirk moin was selbst schwarz schilliger alter ja chili 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 dann die tabletiert ist auch ja lange zeit nicht aber dann habe ich immer gedacht auch mach mal kann es ja mal machen heizung ist hier drin zwischen muckelig ohne wieder richtig vorstieg jetzt ja lang so ich muss will das noch mal umbauen jetzt gitarre kann sein dass dann auch mal aber ich sag dann irgendwie mal da werde ich schon merken denn wenn ich ganz so viel stimmen oder gar nichts kommen in dem moment weil denn es abgebaut werden und das geht dann auch wieder los ne der neue zollin vom motor ist echt noch was anderes ja finde ich auch wie gesagt die originalen sind ja auch nicht schlecht ich kann gar nicht sagen haben wir schon ganz gut gemacht irgendwo wir haben jetzt auch ab scheiße nach hollander ich wollte ich gleich wieder ich habe ihn nach oben und press den rest wir haben etwas wie gesagt stück 2003 modernen opa morgenPS guenthaler mein So, dann haben wir das noch mit ihm und dann haben wir das fertig auf einen Moment. Boom! Und dann das kein Problem, komme ich auf einen Derkamm, wo es das noch gibt und dann das noch nicht so hin. Das kann das nur mit ihm sein, sondern das kann da sein, aber es kann sich nicht erinnern. Das ist noch ein bisschen passiert, in dem wir es gesch Beethoven umbauen können. Dieser, der 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 das habe ich verkehrt gedrückt hier so muss das ich weiß noch nicht morgen bist du machen wir die tage wieder ein paar let's play das dumme ist immer nur let's play so kommt nicht so viel ein paar minuten bei meinem netz würde ich dann weiß ich nicht eine stunde let's play machen würde sich das hochgeladen haben eine woche oder weil das stimmen hier dass man ein bisschen anders jetzt ist auf 9 ja die ilse schreit wieder so sieht es aus hier der sie mal sehen geht er jetzt durch den zaun oder bei liegen muss ich gegen fahren keine erschütterung mehr wenn sich das maulwurf und wenn man einen arschkratzen rollt das ding weg oder so 22 uhr hat die schon ja also liebe kinder unter 16 und so haben wir die ehre sei denn eure papa mama passen jetzt auf und glauben euch dass das jetzt zuguckt hier das weiß ich ja nicht jugendschutzgesetz aus klar dankeschön hoffen also die ehre wegen pro verlor wenn wir mal im augen wieder anziehen und gar noch bitte drück drück Harry moin einen wunderschönen guten Abend an 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020